Es war eine Überraschung, aber im selben Augenblick, in dem sie geschehen war, wurde sie zu einer Tatsache, zu einer nicht einmal mehr erstaunlichen Tatsache. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen, und ich begriff manche Zusammenhänge, die ich vorher nicht überschaut hatte. Deslili war also der Eisenbahnmörder. Deslili? Der Name, unter dem sie ihren Trapezakt durchführte, bezeichnete wirklich ihren Beruf. Todeslili? Auge in Auge standen wir uns gegenüber. Sie erkannte mich nicht. Ihr wechselndes Gesicht verzog sich zu einem krampfhaften Lächeln. Sie, sie haben mich fürchterlich erschreckt, Sir, stammelte sie. Ich, ich muss mich in der Kabine geirrt haben. Ist dies nicht Nummer 24? Je länger sie sprach, desto größere Sicherheit schien sie zu gewinnen, freilich eine Sicherheit, die aus der Verzweiflung kam. Es ist Kabine Nummer 31, antwortete ich. Und die Tür war abgeschlossen, als sie eindrangen. Nein, sie irren sich, Sir, sagte sie, immer mit diesem verzweifelten Lächeln. Sie war offen. Entschuldigen Sie mein Versehen. Und was ist das, fragte ich und zeigte mit dem Lauf der Waffe auf einen kurzläufigen Revolver mit der dicken Metallhülse des Schalldämpfers, der vor dem Bett neben einer schwarzen Damenhandtasche auf der Erde lag. Es ist mein Revolver, Sir, flüsterte sie. Ich trage ihn immer in der Handtasche. Er muss herausgefallen sein, als sie mich auf den Arm schlugen. Bitte, glauben Sie mir, ich hatte keine bösen Absichten. Und sie versuchte, mich mit einem Blick anzusehen, der verführerisch und treuherzig zugleich sein sollte, aber aus dem die nackte Angst sprach. Langsam hob ich die linke Hand, führte sie an das Brillengestell und nahm die Brille ab. Ich sah Lili an, sie starrte mich an, mit halboffenem Mund, um den langsam das Lächeln erlosch. Es war ein schöner Tag am mischigen Sie, Liane, sagte ich langsam und leise. Schade, dass er ein schlechtes Ende nahm. Sie erkannte mich. Ihre Augen schlossen sich. Sie fiel ohnmächtig nach hinten auf das Bett. Eine halbe Minute lang stand ich nachdenklich und kaute an meiner Unterlippe. Ein paar Gedanken schossen mir durch das Gehirn, aber dann glätteten sie sich rasch. Dass der Eisenbahnmörder, einer der Mörder wenigstens, eine Frau war, spielte keine Rolle. Dass diese Frau Liane Becker war, die ich ein wenig besser kennengelernt hatte als andere Frauen, dürfte keine Rolle spielen. Der Kampf war noch nicht zu Ende. Es musste weitergehen, und ich hatte keine Zeit. Ich steckte die Waffe weg, füllte das Zahnputzglas mit Wasser und goss es ihr ins Gesicht. Sie stöhnte und drehte den Kopf auf die andere Seite. Ich packte die Schultern und schüttelte sie kräftig. Los, kommen sie zu sich, sagte ich. Widerwillig schlug sie die Augen auf. Sind sie allein im Zug? Haben sie einen Kumpanen bei sich? Reden sie, und der Teufel holt sie, wenn sie lügen? Ich, bin allein, hauchte sie. Stehen sie auf. Kommen sie mit in ihre Kabine. Sie erhob sich mühsam. Ich hob die Handtasche, die Lampe und die schallgedämpfte Waffe auf. Sie taumelte vor mir den Gang entlang zur Kabine 24. Als Gepäck besaß sie einen einzigen Koffer, ein helles Ding. Ich durchwühlte ihn, und außer dem uninteressanten Inhalt fand ich zwei Dinge, die ungewöhnlich waren, eine kleine Taschenlampe mit überdimensioniertem Leuchtkörper aus blauem Glas und einen nicht sehr großen Leinensack, der mit einem starken Eisenring versehen war. Ich wog die beiden Dinge in den Händen, und plötzlich blitzte ein Gedanke in mir auf. Ich ging zum Fenster, öffnete es und lehnte mich weit hinaus. Laut drang jetzt das Donnern der Räder des rasenden Zuges an meine Ohren, es war noch ein anderes Geräusch in der Luft, ein gemächliches, sich fast gemütlich anhörendes Knattern, der Lärm eines Hubschraubers. Ich suchte den nachtschwarzen Himmel ab und entdeckte das rote und grüne Seitenlicht nicht weit ab vom Zug in geringer Höhe. Ich wandte mich in die Kabine zurück. In diesen Sack tun sie die Beute, den Revolver. Mit der blauen Lampe geben sie dem Hubschrauber Signal, und er holt den Sack ab, nicht wahr? Sie war völlig gebrochen und nickte willenlos. Kurz entschlossen riss ich die Vorhangschnur herunter, bellend ihr die Hände und Füße. Sie ließ alles ohne Widerstand mit sich geschehen. Ich lief in die Kabine 31 zurück. Sauns Brieftasche steckte in seinem Anzug. Es waren rund 10.000 Dollar darin. Ich tat die Brieftasche in den Leinensack, öffnete das Fenster und feuerte zwei Schüsse aus dem Revolver in die Nacht, fügte dann Revolver und die Taschenlampe dazu und ging in Lienas Kabine zurück. Ich löschte das Licht und beugte mich erneut aus dem Fenster. Die Bordlichter des Hubschraubers schwammen immer noch parallel zum Zug in der Luft. »Habt ihr ein bestimmtes Signal vereinbart?«, fragte ich. »Nein«, flüsterte sie. Ich brauchte mir keine Gedanken darüber zu machen, ob sie die Wahrheit sprach. Ich wusste, dass sie in diesem Augenblick nicht lockt. Ich wusste es mit unumstößlicher Sicherheit. Weit lehnte ich mich aus dem Fenster. Der Fahrtwind riss an meinen silbergrauen Haaren. Ich hob die blaue Lampe und drückte in kurzen Abständen auf den Knopf. Fast unmittelbar erhielt ich Antwort. Zwischen dem roten und dem grünen Licht blitzte dreimal ein bläulicher Schein auf. Die Bordlampen veränderten ihre Stellung, senkten sich. Der Hubschrauber näherte sich dem Zug. Ich fuhr fort, mit meiner blauen Lampe zu blinken. Das Knattern mischte sich immer stärker in das Donnern des fahrenden Zuges. Die Lichter des Hubschraubers verschwanden über dem Zugdach, tauchten dann wieder auf, jetzt gewissermaßen unmittelbar über meinem Kopf, fielen zurück und holten dann wieder auf. Etwas schnurrte an der Seitenwand entlang, ein kräftiges, aber dünnes Seil. Ich griff danach, verfehlte es aber. Wie wild blinkte ich mit der Taschenlampe. Solche Fehlmanöver schienen einkalkuliert zu sein. Sie begriffen. Ich sah an den Positionslampen, dass der Hubschrauber einen Kreis flog. Der Zug gewann Vorsprung, aber der Helikopter holte ihn spielend wieder ein. Sie wiederholten das Manöver. Diesmal war ich darauf eingestellt, erwischte das Seil und zog es ein. An seinem Ende war ein kräftiger, fast geschlossener Stahlhaken angebracht. Ich hängte den Leinensack mit dem Eisenring daran, ruckte kräftig am Seil, wie es die Taucher zu tun pflegen, gab überdies noch Signal mit dem Blaulicht und ließ dann los. Der Sack mit 10.000 Dollar, dem Revolver, der Taschenlampe schwebte in die Nacht hinaus. Liane, die meinem Manöver mit weit aufgerissenen Augen gefolgt war, so gut sie in der Dunkelheit Einzelheiten erkennen konnte, würdigte ich nach dem Einschalten des Lichtes keines Blickes. Ich verschloss die Kabine von außen, ging in Nummer 31 zurück, zog meine Schuhe wieder an und klopfte an die Tür von Nummer 32. Wer ist da? fragte Sounds Stimme sofort. Vor lauter Angst klang sie nicht krollend, sondern dünn und schrill. Ich bin es, der G-Mann. Öffnen Sie, es ist alles vorbei. Er öffnete. Seine kugeligen Augen starrten mich aufgerissen an. Vorbei, flüsterte er. Ich hab nichts gehört. Manchmal geht es lautlos ab. Sie können in Ihre Kabine zurückgehen. Nein, nein, zappelte er. Unsinn, fuhr ich ihn an. Ich sagte, es sei vorbei, und Sie werden kein Blut oder sonst etwas Schreckliches auf dem Fußboden finden. Trollen Sie sich. Er gehorchte widerstrebend. Der dicke Zigarrenqualm, der Nummer 32 erfüllte, und meine mehr als halbleere Whiskyflasche bewiesen, dass Sound ein paar aufgeregte Stunden hinter sich hatte. Ich nahm einen Schluck aus der Flasche, ohne mich lange mit dem Einschenken in ein Glas aufzuhalten, dann machte ich mich auf die Strümpfe, um Freddy zu suchen. Auf dem Weg warf ich noch einen Blick in Nummer 31. Der Antiquaragraf stand vor seinem Bett und wagte nicht, den Stoffballen und die Perücke herauszunehmen. Na los, sagte ich, nehmen Sie es heraus, verpacken Sie es wieder in Ihren Koffern und legen Sie sich ins Bett, aber rühren Sie sich nicht. Ich habe noch einiges mit Ihnen vor. Ich sah, wie er zögernd die Hand an die Bettdecke legte, sie zur Seite schob und das Bett selbst von dem stummen Schläfer befreite. Freddy hatte Kabine 4 gemietet. Die Tür war nicht abgeschlossen. Er sprang auf, als ich eintrat. Und, fragte er. Erledigt, sagte ich. Er stieß die Luft aus und ließ sich auf das Polster fallen. Puh, Cotton, das tue ich nie wieder. Es macht verrückt, hier zu sitzen, zu wissen, dass ein paar Jahre entfernt eine dicke Sache passiert, und nicht eingreifen zu dürfen. Sie haben ihn also. Ich habe einen von Ihnen. Den Mörder mit dem schallgedämpften Revolver. Den Messermörder habe ich noch nicht. Sie kennen ihn übrigens? Es ist Liane Baker. Wenn Sie einen Whisky wollen, so habe ich noch einen Rest in meiner Kabine. Freddy schien wirklich einen Drink nötig zu haben. Es dauerte ein paar Minuten, bis er sich erholt hatte. Spannen Sie mich nicht auf die Folter, Cotton, stöhnte er. Erzählen Sie, los, Mensch. Ich berichtete Harklein. Er hörte lautlos zu, nur als ich erzählte, dass der Hubschrauber Sounds Brieftasche abgeholt hatte, unterbrach er. Sie haben wirklich die 10.000 Dollar mitgehen lassen? Ja, habe ich, und ich werde Ihnen sagen, warum. Liane Baker tötete Simu und John Smith, aber Stone-Mann, Morgang und Boom wurden von einem Mann getötet, einem Mann, dem ich einmal gegenüberstand. Ich zweifle nicht daran, dass der Mann der Boss der Bande ist, auch Lienas Boss, und sie wird es uns bestätigen. Mit ihrer Hilfe, ob sie will oder nicht, werden wir ihm die Falle stellen, die ihn endgültig zur Strecke bringt. Dazu ist es aber erforderlich, dass er glaubt, dass Verbrechen an Sounds sei gelungen, und dieser Glaube ist mit 10.000 Dollar nicht hoch bezahlt. Aber da bestehen doch Schwierigkeiten, Cotton. Er wird irgendwie mit der Baker verabredet sein. Er wird stutzig werden, wenn sie nicht kommt. Er wird. Sie haben natürlich recht, Freddy, aber ich glaube doch, dass es zu schaffen ist. Kommen Sie mit. Wir werden mit der Frau reden. Es ist noch eine Menge, was sie uns zu erzählen hat. Das Lili lag unverändert auf dem Bett. Ich löste ihre Fesseln. Sie richtete sich auf. Sie war nicht mehr sehr hübsch. Ihr Gesicht war zerstört, ihre Augen glanzlos, die Schminke ihres Mundes verwischt. Wollen Sie eine Zigarette? fragte ich. Sie nickte stumm. Wo sollten Sie den Zug verlassen? begann ich das Verhör. In St. Louis. Wieder das stumme Nicken. Freddy sah nach der Uhr und sagte, das sind nicht mehr ganz zwei Stunden. Werden Sie dort erwartet. Ein Kopf schütteln war die Antwort. Was sollen Sie tun? Ich soll nach Boston zurückfahren, um mein Engagement im Maintheater anzutreten, sagte sie tunlos. Wer ist Ihr Boss? Liane? fragte ich nebenhin. Steven entgegnete sie und starrte auf den Boden. Steven? Wie heißt er mit vollem Namen? Steven Hunter? Wer ist er? Sieht er so aus, wie Sie ihn uns beschrieben haben? Sie schüttelte stumm den Kopf. Er ist mein Mann, sagte sie. Eine Minute lang schwiegen wir beide, aber ich schüttelte die Benommenheit von mir ab. Okay, er war Ihr Mann, aber er war ein Mörder, und sie war eine Mörderin. Es gab kein Erbarmen, weder für ihn noch für sie. Ich setzte das Verhör fort. Die Frau leugnete nichts mehr. Sie versuchte auch nicht zu schweigen. Ich erhielt schon in diesem ersten Verhör den Eindruck, dass Ihr Mann sie zu all diesen Taten gezwungen hatte. Sie war keine Verbrecherin von Natur und Veranlagung, aber sie war ihm hörig, und sie tat blindlings alles, was er verlangte. Dabei fürchtete sie ständig, ein schlechtes Ende zu nehmen, und als dieses gefürchtete und stets erwartete Ende über sie hereinbrach, erlitt sie einen völligen Zusammenbruch, der nicht nur ihre eigene Widerstandskraft lähmte, sondern auch den Willen, ihren Mann durch Schweigen zu retten. Gegründet und organisiert worden war die Bande vor einem Jahr, und der eigentliche Urheber der Idee war Earl Luther gewesen. Er kannte Stephen Hunter von seiner Tätigkeit als variierter Agent. Hunter brachte seine Frau mit in die Bande, Luther beschaffte den Hubschrauber und die beiden anderen Bandenmitglieder, Rock Kaltwell, der einen Hubschrauber zu steuern verstand, und Bill Streng-HT, den Gehilfen. In Luthers Gehirn entstanden die Einzelheiten des Vorgehens, Stephen Hunter war kein schlechter Artist, ein guter Luftakrobat. Für ihn dachte sich Luther den Trick mit dem Verlassen des Zuges per Hubschrauber aus. Und so geschahen die einzelnen Morde, Siemö, das erste Opfer, war bekannt als Frauenfreund. Liane benutzte denselben Zug wie er, und sie verstand es, mit ihm zu flirten. In halben Andeutungen gab sie ihm zu verstehen, dass sie für Geld empfänglich sei, und Siemö lud sie ein, ihn in seinem Abteil zu besuchen. Er war wach, als sie zu ihm kam, und sie erschoss ihn, ehe er eine Gäste der Abwehr unternehmen konnte. Sie raffte seine Sachen an sich und verließ den Zug in Wannwille. In derselben Nacht ließ sich Stephen Hunter vom Hubschrauber aus auf das Dach des Zwölfstunden-Express nieder. Vom Dach aus kletterte er in den Waggon, drang in Eibram Stunemans Kabine ein und tötete ihn. Dann verließ er den Zug auf die gleiche Weise. Stone Mann war von Liane zu dieser Reise bewegt worden. Sie hatte es verstanden, ihn kennenzulernen und ihm ein angenehmes Wochenende in Chicago zu versprechen, wo sie sich mit ihm treffen sollte. Vom Standpunkt der Bande aus gesehen, war es ein unglücklicher Zufall, dass die Reisen von Siemö und Stone Mann in einer Nacht stattfanden. Hunter war bei seinem Umsteigen auf den fahrenden Zug und noch mehr beim Klettern vom Wagendach in den Wagen mehr als einmal in Gefahr gewesen, sich den Hals zu brechen. Das Zurückklettern hingegen war für einen geübten Artisten eine leichte Sache. Er brauchte nur die Wagontür zu öffnen, dem Piloten Kaltwell ein Lichtsignal zu geben und die ausgeworfene Strickleiter zu fassen. Sobald er sich vom Zug gelöst hatte, drosselte der Hubschrauber seine Geschwindigkeit bis zum Stand und Hunter kletterte in die Kabine. Dass er bei diesen Aktionen ein schwarzes Trikot über seinen Kleidern trug, sollte nur vermeiden, dass er irgendwo hängen blieb. Den nächsten Mord bereitete die Bande sorgfältiger vor. Liane färbte sich das Haar schwarz und fuhr nach Los Angeles. Sie benutzte gewissermaßen ihre Kollegin Monique als Vorbild für ihre Maskerade, und darin lag der Grund, dass Norma Katar mehr verdächtig erschienen war. Sie machte die Bekanntschaft Francis Morgans und versprach ihm, ihn in El Paso del Norte zu treffen. Sie telefonierte ihre Informationen durch. Kaltwell, Strenghardt und Hunter, die sich in der Nähe bereit hielten, organisierten den Überfall. Hunter kaufte sich eine Fahrkarte, bestieg den Zug, tötete Morgang, stürzte seinen Körper aus dem Fenster und ließ sich von dem Hubschrauber abholen, um bei der Entdeckung des Mordes nicht unter den Reisenden zu sein. In diesem Fall stellte sich die Maßnahme als unnötig heraus, denn der Mord wurde erst viele Stunden nach Ankunft des Zuges entdeckt. John Smith war wiederum ein Opfer Lieners geworden, und bei dieser Tat wandten sie zum ersten Mal den Trick mit der Abholung der Waffen, des geraubten Gutes und aller anderen eventuell verdächtig erscheinenden Gegenstände an. Die Beker konnte also in aller Ruhe auf die Entdeckung des Mordes warten. Sie erschien nicht mehr verdächtig als jeder andere Reisende. Luther führte die Sache mit dem Scheck durch, und dieser Mord wurde eines ihrer besten Geschäfte. Sie wussten, dass von dieser Tat angehmen in den großen Zügen fuhren, und dass sich ihr Risiko damit erheblich vergrößerte, aber sie konnten es nicht lassen, weitere Verbrechen zu begehen. Aus Lieners Worten war zu schließen, dass Earl Luther die treibende Kraft war. In vielen Städten der USA hatte er sich Leute vom Schlage eines Frank Nes und Glenn Barting engagiert und sie auf die Spuren von Geschäftsleuten gesetzt, die ihm als Opfer aussichtsreich erschienen. Aswell Boom kam als Nächster an die Reihe. Sie gingen noch vorsichtiger vor als bisher. Liane musste im Intercontinental eine Kabine mieten. Hunter kaufte sich nur eine Bahnsteigkarte. Im Trubel der Abfahrt schlich er sich in Lieners Kabine, wartete dort auf den günstigsten Zeitpunkt und beging das Verbrechen an Boom. Dass ich ihn beim Absprung erwischte, war eine unglückliche Panne, sonst wären wieder alle Fahrgäste festgehalten worden, von denen diesmal wirklich niemand, nicht einmal Liane, der Täter war. Von dem Augenblick unserer Begegnung im Intercontinental war Hunter von der Furcht besessen, dass ich ihn wieder erkennen könnte, und er verlangte von Luther, dass ich beseitigt würde. Vorher würde er nicht mehr arbeiten. Luther versprach es und setzte zunächst streng H.T. und Liane auf meine Fersen. Jene erste Kugel, die mich vor dem Fotogeschäft treffen sollte, war von Desleilus' Hand abgefeuert worden. Da dieser Versuch nicht klappte, charterte Luther Charles Beggar. Beggar versuchte es, aber es erwischte ihn selbst dabei und Hörl Luther dazu. In Chicago trafen Liane und ich wieder zusammen. Von ihr erfuhr Hunter, dass ich noch lebte. Er war besessen von dem Gedanken, mich zu töten, und er befahl seiner Frau, mich zu dem Ausflug an den Michigan sie zu verleiten. Dort versuchte er es noch einmal mit Strengharz Hilfe. Sie hielten mich für erledigt und nahmen Liane mit. Als sie mich hinter sich sahen, packte sie die Verzweiflung. Hunter sah nur einen Weg, mich zu stoppen. Er befahl Liane, aus dem fahrenden Wagen zu springen. Sie weigerte sich zunächst, aber dann bekam er sie herum. Sie drosselten die Fahrt, und als geübte Artistin brachte sie es fertig, sich bei diesem Sprung nicht die Knochen zu brechen. Ich fiel darauf herein und stoppte die Verfolgung. Unterdessen hatte Stephen Hunter, jetzt unbestritten Boss der Bande, die nach Luthers Tod gerissenen Informationsverbindungen neu geknüpft. Mark Sound bot sich als nächstes Opfer an. Hunter befahl, dass Liane die Tat auszuüben habe, ein Versuch, der ihr letzter werden sollte. Das war ungefähr, was Freddy und ich in den knappen zwei Stunden, die der Mississippi Express St. Louis entgegenraste, aus der Frau herausholten, freilich nicht so schnell und ohne Stockung, wie ich es Ihnen hier erzähle. Freddy war es, der die Kardinalfrage stellte, wann sehen Sie Hunter und seine Leute? Die Frau schüttelte schwach den Kopf. Ich weiß nicht. Ich kenne den Ort, an dem er sich aufhält, nicht. Seitdem ich engen Kontakt mit ihrem Kollegen hatte, verkehrt er nur noch telefonisch mit mir. Auch den Abstellplatz des Hubschraubers haben sie geändert. Ich soll nach Boston zurückfahren? Er hat für mich eine kleine Wohnung mit Telefon gemietet. Er wird mich anrufen und mir weitere Befehle erteilen. Mehr weiß ich nicht. Ich winkte Freddy zu, mit auf den Flur zu kommen. Freddy, sagte ich. Liane und ich werden in St. Louis den Zug verlassen. Sie wird in meiner Begleitung nach Boston fahren, und ich werde das nächste Opfer des Eisenbahnmörders werden, ich, Robert Sander, ein älterer Herr, nicht ohne Geld, der sich während einer Reise in die hübsche Liane Baker verguckt hat. Sie wollen sie frei herumlaufen lassen. Ich werde immer in ihrer Nähe sein, wie es sich für einen verliebten Narren gehört. Ihr Maskenmacher hat sich solche Mühe mit meinem Gesicht gegeben. Es wäre schade, wenn ich sie nicht restlos ausnutzen wollte. Er sagte, sie hält sich ohne dies noch an die acht Wochen. Cotton, sie gehen ein riesiges Risiko ein. Okay, okay. Ich winkte ab. Ich werde es zu tragen wissen. Voraussetzung für das Spiel ist, dass der Mord an Mark Sound als absolut gesichert erscheint. Gehen Sie mit zu dem Alten. Ich werde ihm erklären, dass er ab sofort tot ist. Wir stießen bei dem Antiquitätenhändler auf keinen Widerstand. Was? rief er. Ich soll tot sein, ermordet. Keine schlechte Idee? Sie sind wirklich einfallsreich. Ihre Nerven sind schlecht, fuhr ich fort, und nichts tut ihnen besser, als wenn sie sich hinter der verschlossenen Tür eines Sanatoriums gründlich ausruhen können. Alles, was sie zu tun haben, ist, still zu halten, und die einzige Unannehmlichkeit, die sie erdulden müssen, ist, dass man sie auf eine Bahre legt und bis über den Kopf zudeckt. Kurz und gut, er war Feuer und Flamme für meinen Plan. Und dass sie sich ja nicht rühren, wenn wir sie in den Leichenwagen tragen. Sobald sich die Autotüren hinter ihnen geschlossen haben, dürfen sie wieder atmen. Freddy wird sich um sie kümmern. Das war meine letzte Mahnung an ihn. Auf dem Gang besprachen Freddy und ich die Einzelheiten. Wir beschlossen, dass der Mord kurz vor Kai Röhr entdeckt werden sollte. Es blieb keine andere Wahl, als dass das Zugpersonal eingeweiht wurde. Freddy übernahm das. Auch die Information der Behörden in Kai Röhr war seine Aufgabe. Alles sollte sich genauso abspielen, als wäre der Mord tatsächlich geschehen, die Untersuchung des Tatraumes, das Verhör der Reisenden, selbst die Mitteilung an die Presse. Um Rederei der Eingeweihten zu vermeiden, sollten die Zugbediensteten in Kai Röhr abgelöst und unter Polizeiaufsicht gestellt werden. Nach außen hin ließ sich diese Maßnahme mit einem Verdacht, der gegen das Zugpersonal bestand, begründen. Es war ein schöner Packen Arbeit, den ich dem armen Freddy aufhalste. Wenn ich daran dachte, was er allein in diesem Zusammenhang den cleveren Zeitungsreportern vorschwatzen musste, so war er wahrhaft nicht zu beneiden. Ich glaube nicht, dass es gut geht, Cotton, sagte er, als wir alle Einzelheiten durchgesprochen hatten, aber an mir soll es nicht liegen. Der Express verlangsamte sein Tempo. Draußen, in dem beginnenden Morgenlicht, huschten die ersten Häuser einer Stadt vorbei. Freddy wandte sich zum Fenster. St. Louis, sprach er gegen die Scheibe. Alles Gute, Cotton. Ich ging in die Kabine Nummer 24. Machen Sie sich fertig, sagte ich zu Leanne Baker. Wir steigen in ein paar Minuten aus. In St. Louis verließen außer einigen anderen Reisenden ein älterer Herr und eine blonde Dame den Mississippi Express. Der Herr telefonierte von einer Zelle aus mit dem Flughafen und erkündigte sich nach der nächsten Flugmöglichkeit nach Boston. Er erhielt die Auskunft, dass eine direkte Maschine um 8 Uhr startete. Daraufhin rief er die Taxivermittlung an und bestellte einen Wagen zum Flughafen. Die ganze Zeit über hatte Leanne geschwiegen. Jetzt, im Wagen, richtete sie zum ersten Mal von sich aus das Wort an mich. Was geschieht mit mir? fragte sie. Nichts Besonderes, antwortete ich. Sie werden nach Boston fliegen, und sie werden im Main-Theater auftreten. Sie werden während des Fluges einen älteren Herrn kennenlernen, der Robert Sander heißt, und sie werden diesen Herrn Stephen Hunter als nächstes Opfer empfehlen. Das tue ich nicht, sagte sie mit einem Anflug von Entschlossenheit.